Willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones. Wir spielen heute Luigi EU Deluxe. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Okay, wir erklären es. Das ist, weil er diese Maps durchspielen musste. Das ist echt, weil wir sagten ja. Es ist leid. Wir haben jetzt nicht durchgecheatet mit Mopsy. Wie heißt das? Mopsy. Nein, nicht Mopsy. Das war kein Cheaten. Doch. Doch. Oh, cool. Okay, nur das Level. Ja, okay, aber es war nicht ganz Cheaten, weil wir dieses Level ja schon mal geschafft haben. Ja, wir haben das schon ganz oft geschafft. Ja. Ach so, ich dachte gerade, ich werde lösen. Ich dachte gerade, ich werde lösen. Yeah. So. Ja. 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 weil er aus dem gift okay ja du sprichst ich bin so dumm es tut mir so leid es tut mir so leid du sprichst gegen den blok ich mal haben wir das schon geschafft also hast du als du das nochmal schocken wolltest warum stimmst du immer an der selben stelle warum stimmst du immer da ich alle münzen aber die letzte nicht ich kann die ich habe die physik vergesst du hast die physik vergessen ja weiß dass man mit b oder a springt das sind keine physik das sind ok 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 krasse cool Das hast du gut gemacht. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Was machst du? Jetzt aber passend. Komm her. Wir warten. Wir warten. Nein! 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 Geh noch nicht los. Ich weiß, du willst sterben. Wie soll ich das schaffen? Wieso? Ich kann doch gar nicht voraussehen, wann der kommt. Wir sollten zum Checkpoint kommen. Ja. Ach nee. Und jetzt stirbt nicht an der Puanne vor uns. Okay. 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 Ich soll nicht sterben. Ich soll nicht sterben. Ich soll nicht sterben. Ja. Ich soll nicht sterben. Ich soll nicht sterben. Ich soll nicht sterben. Ich soll nicht sterben. Warum? Ich Idiot. Du bist doch drauf gelandet. Ich bin drauf gelandet. Warum? Warum? Du kannte... Du hättest... Es war irgendein random Reflex. Warum? Warum ist das? Warte mal. Wieso kann Luigi da nicht einfach drüber springen auf der Oberwelt? Die können doch so weit springen. Warum? Äh... Das ist ne unsichtbare Barriere. Ich weiß. Was? Ah. Hm. Okay. Warte mal. Die... Wieso müssen wir so einen komplizierten Weg nehmen, um zum Pilzpalast zu kommen? Ich meine, ist der Weg zum Pilzpalast so tödlich? Oder wie jetzt? Hat das Bowser gemacht? Hm. Müssen das Mario und Luigi jedes Mal durchmachen, wenn... Also... Äh... Ja, die alle... Jedes Mal durchmachen, dass sie zum Pilzpalast wollen. Oh mein Gott. Okay. Ich hasse Gift. Hm. Okay. Schön. Ja, wir werden nicht verstanden. Sollten wir das andere Level probieren? Ja. Gesichts... Tauchgang der Gesichtsfelsen? Ist das ein Wasser... Ist das ein Wasser... Ist das ein Wasser Level? Geil. Das würde Spaß machen. Nein, nein, nein. Da ist noch was. Da ist noch was. Ich wollte grad den Mitten-Head-Sprung machen. Okay. Okay. Sieht leicht aus. Okay, nein. Kein Bock auf die Körper. Nein, du wirst sterben. Nein. Woher hätte ich das Wissen sollen? Nein, nerv nicht. Nerv nicht. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ich möchte... Ab, ab, ab. Nein, 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 nein. Scheiße. Was soll das denn? Was soll das denn? Nein, ich wollte runter. Ich wollte runter. Ich muss doch schnell hin. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich hasse diese Dinger. So, wie war die jetzt? Ja, nun. Sind wir fertig? Nein, das kann das so. Nein! Wir hätten so viel Zeit fahren können. Nein! Wie kurz war das denn? Wieso... Wir sind so dumm. Wieso ist es so kurz? Küche. Doch nicht. Geil. Wieso? Was bringt es mir jetzt? Ein Weg zurück? Krass, ich habe jetzt ein Level abgeschlossen. Toll! Da ist jetzt irgendwas zu bekommen. Irgend. Jetzt bin ich aber glücklich. Ich habe ein Level, was ich schon geschafft habe. Jetzt fühle ich mich belohnt. Toll. Na, komm nicht. Ja. 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 Nicht in die Blase. Nicht. Nein, warte. Warte. Nein, warte. Ja, wo ist denn der Pilz? Der Pilz ist... Nein, der Pilz ist... Nein, der Pilz ist... Ja, was... Ach... Warum? Warum? Wie komme ich an diese Kräuen, wenn diese Piranienpflanzen wirklich... Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss warten, ne? Aber ich... Eins... Ey, wir hatten beide gleiche Anzahl von Leben. Also ist besser. Ja, aber... Ihhh... Okay. Warte. Tu mir ja echt, Leute. Okay. Warum? 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 Warum springst du auf mich? Ähm... Alter. Solo. Cool. Erst springst du auf mich. Solo spielen. Weil das ist halt viel leichter. Ja. Viel leichter. Viel leichter. Okay. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wie man es jetzt... Hallo? So. Warte doch! Oh, yeah. Ha! Nein, nein. Ich lebe. Nein! Ich will... Nein! Warum tust du mir das an? Ich le... Habt ihr noch Bock drauf? Ich leide. Die Zuschauer leiden. Wir sitzen jetzt seit... Monaten. An diesem... einem Level. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon geschafft haben. Ach... Oder vielleicht erlebten wir auch einfach in die ganze Zeit den falschen Nutzer. Nein, das stimmt nicht. Was war doch der Nutzer? Warum? 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 Guck mal schön. Was? Lass uns doch... Direkt restarten. Warum werden wir rausgeschmissen, ey? Ich hasse dieses Level so sehr. Sieht nice aus, aber... Es ist einfach... Es ist... Das ist Gift, ne? Warum ist da runter Gift? Wie merke, dass wir dieses Let's Play niemals vorstelle. Seiche. Also wenn wir dieses Level nicht schaffen ... Warte mal. Lass mich kratzen zu. Oh, schön. Ja. Ja. Die Schwarm. Ja, jedes Mal wenn ich groß bin ne? Nein, nein, nein! Warum springt der nicht? Ich hab B gedrückt. toll tausend mal was ich habe gedrückt das war betrug so bleibt das eigentlich nicht gespeichert weil wenn wenn man dieses wenn man diese schafft das dann mal beendet ist gerade durch die pürrein jetzt war warum 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 was lebt doch warum stirbst du Na, weil man da sterben kann. Vielleicht deswegen. Ich hasse diese Map. Wieso hab ich Upsilon gedacht? Ich hasse die Map. Hallo! Was machst du? Warum? Wieso hältst du mich auf? Ich hab dich nicht aufgehalten. Doch! Ich bin gesprungen, du bist gesprungen. Ich bin null weitergekommen. Also soll ich nicht springen? Na, und sterben. Ich kann mich trotzdem beschweren, selbst wenn du nichts dafür kannst. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Ich wollte gerade Heschaum machen. Wo wurde Mario geboren? Im Mario-Wild. Mario, du bist jetzt. Danke sehr. So. Jetzt sind wir gepower-upped. Jetzt sind wir unbesiegbar. Nein! Nein! Was machst du? Wieso? Wieso leidest du? Oh, ich hab sie auch schon. Achso. Achso, okay. Nein! Ich wollte Heschaum machen. Warte mal. Pass auf. Steuern. Ich hasse das. Es tut mir so leid. Nein! Ich dachte, ich könnte den Block von oben hütteln. Und dann... Stamm-Vertacke meine ich. Mach jetzt! Und dass es dann klappt... Komm, warte mal. Und dann spiel du einfach alleine. Und dann so. Und dann bam bam. Und dann so. Und dann bam bam. Und dann so. Ja, warte mal. Mario Odyssey. In Mario Maker. Äh, nein. Nicht in Mario. Äh. 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 Mario Luigi. Warte mal. Auf welcher Weg? Boah geil. Ich hab einen geheimen Weg zurück. Krass. Aber. Das kann ich nicht tun. Nein. Nein. Das bringt mir ja. Was. Geil. Wir haben ein Level geschafft. Hat was aber alles gemacht. Warum hat der Weg uns nicht frei gemacht? Toll. Da ist doch noch ein unsichtbarer Weg. Ist so. Brauchst du da alles drei Star Coins oder was? Oh, warte mal. Es könnte sein, dass wir... Vielleicht gibt's einen Secret Exit da. Ein Secret Exit? Vielleicht haben wir den Secret Exit gegeben. Oder wir brauchen alle drei Coins, ja. Ähm. Tschüss. Bis zur nächsten Folge gehen. Na gut. Tschüss. Bis zur nächsten Folge gehen.